So und herzlichen Willkommen zu 299 und ich hoffe, dass ihr das etwas verstehen könnt. Ich versuche jetzt aber trotzdem ein paar Folgen zu machen, falls ich im August muss oder so zwischendurch es nicht frühzeitig schaffe mein Mikroquartier, tut es mir leid, ich bitte um Verzeihung. Ich wollte das nicht oder ich will das nicht. Und ja, deswegen da schon mal die Bitte um Rücksicht. Außerdem dazu Dankeschön alle, die mir eine gute Person gewünscht haben bzw. wünschen. Vielen Dank. Also ich nehme die Folgen jetzt auf, nachdem ich das gestrige Video hochgeladen habe, hatte und es freigestellt ist, weil es eben doch so ein bisschen dauerte, das Ganze hier zu machen. So, wie viel Wagen hat der Zug? Neu, ne? Ne, zehn. Zehn. Zwo, vier, sechs, acht, zehn. Dann machen wir gleich zwei Züge nochmal drauf. Nehmen wir einfach auf die Z12 nochmal, Z12 nochmal zwei Züge. Wir müssen einfach so ein bisschen die Kapazität hinten bei der Kohle endlich abholen. Dazu sagt immer noch ziemlich viele. Daniel nutzt immer eigentlich diese geschissene Zeit. Hier fällt gerade auf, dass unsere Stadt voll riesig wird durch die Erzweig hier unten. Volles Katastrophenviertel. Das hier ist für eine riesige Sicherheit. Das ist verdammt über sich. Ähm, jetzt soll ich endlich mal diese Zeit einstellen. Ich glaube, ich hatte die hier schon mal nicht gemacht. Ich hatte die irgendwann schon mal auf ein paar Mal nicht gemacht, aber wir helfen uns schon ein gutes Scheiben dazu. Ich würde sagen. Ich könnte es ja wohl ganz gut machen. Die ist halt schon voll, aber steht nicht gut. Das ist ein bisschen blöd. Das wird sich in der Season 2 relativ schnell ändern. Da wir da auch mit anderen Fahrzeugtypen arbeiten. Da sind wir das dann auch gut. Und da auch ein paar Fahrzeuge dabei sind mit größeren Kapazitäten. Auch von Straßenläufen. Zum Beispiel sind das, glaube ich, die Stuttgart. Da sind 128 Plätze in der Doppeltraktion. Das heißt also, Doppeltraktion hat die. Statt 60, 128. Und 64, 11. Überdimensioniert, aber ziemlich geil. Und... Ja. In dieser Folge will ich so versuchen, noch ein bisschen auszubauen. Das Ganze, was wir haben. Außerdem tut es mir immer noch ziemlich, ziemlich doll leid. Es ist die ganze Zeit hier ruckelt. Das kann ich leider nicht ändern. Ich hätte es zu gern schon geändert, aber ich kann leider die Engine nicht umschreiben. Weil die ist der auslösende Faktor hier. Der uns das ganze Ding K.O. legt. Und wenn die Engine schöner wäre, dann wären wir hier auch schon dreimal besser weggekommen. Und hätten eventuell nicht so viele Probleme. Hust. Ich will jetzt hier am besten nach rechts weg. Das war dann hier so eine Gabelung. Das war dann nicht von hier aus mit der Linie. Diese beiden Läufchen abkloppern uns da oben hin. Mit der anderen dann eventuell die Router. Und dann halt uns mit dem Daumen. Das war dann irgendwie eine Verbindung aufbauen. Und mit der dann halt ich ihn nach Röbel. Dann hätten wir nämlich das erstmal Wort fertig. Wo ja viele immer sagen, wann bist du denn endlich fertig mit dem... Ich will endlich die Neue. Ich will Mots sehen. Okay. Ich geh das immer ganz langsam an. Also immer mit der Ruhe. Ich will erst eine Sache wirklich zu Ende machen. Ich will nicht 100 Cent wirklich zu Ende machen. Aber doch schon zu Ende machen. Im Sinne von, ich möchte, wenn es zu einer Städte angebunden haben. Ich möchte, dass unser System so weit läuft. Dass wir nicht zu viele Ruhekosten haben. Dann kann ich es nämlich auch so weit machen, dass ihr den Safe zur Verfügung gestellt bekommen könnt. Das war ja bislang jedes Jahr so. Oder eben nach jeder Season so. Und dass ihr danach das Safe-Game bekommen habt. Und dem ihr dann halt selber machen und Sachen machen konntet, wie ihr wolltet. Und das will ich halt dieses Mal dann wieder so machen. Und dass ihr dann halt den Safe kriegt. Und dann jeder so ein bisschen daran fühlen kann, was er möchte und wie er möchte. Das hat ziemlich gesehen. Einfach damit viel den Spaß auch noch hat. Ein bisschen was zu machen. Jetzt müssen wir mal kurz gucken. Okay, ein bisschen raus. Und wir sind hier auch im ganzen Ende des Bereich. Und dann wird nicht wieder so geschienen. Ja, so will ich jetzt nicht noch nicht. 152, ja das ist okay. Diese Straße, ich weiß so, wie ich erst mal abbaue ich aber nachträglich wieder ein. Ähm, da ich diese Böden und Steigungsschrägen nicht drinnen haben möchte. Aber immer wieder das Problem, wieso sind ja nicht Hochgeschwindigkeit? Entschuldigung. Wieso werden zwei Gebäude abgerissen, wenn ich den Hochgeschwindigkeit auf Hochgeschwindigkeit? Keine Ahnung. Ähm. Jetzt weiß ich auch nicht mehr was ich sagen wollte. Ach scheiße. Ja doch, mit den Straßen. Es war immer wieder diese komischen Ügelhaar, die auf einmal vor der... vor dem Niedergang so super aussehen. Und dann haben wir immer... Oh, da hat sich ja einer hier schön fest reingefressen. Von den... und Kanten. Und du denkst dann aber so... Und ja... Und ja... Und deswegen machen wir das dann auch da einfach rein. Und bei dem ja gleich am Anschluss. Und dann sehen wir nämlich die Gewerbe. Und hier ist der Gewerbe. Und wo jeden fällt der Zug? Und dann machen wir... Und dann machen wir... Hier weiter nehmen wir mal... Und dann machen wir... Hier weiter nehmen wir mal... Und dann brauchen wir hier irgendwie... Und dann können wir von hier hinten nämlich noch eine... Verwahrung. Und eben aus die ganzen... Waren halt auch noch mal verteilt werden. Den können. Das wäre jetzt ja hier noch so ein... Kleiner Vorteil. Bei dem... Bei dem... So. Und jetzt machen wir das dann hier auch gleich wieder richtig. Und wenn es hier... Keine Probleme gibt. So. Ja... Genau. Der wird auch... So. 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 Das ist ja Gott sei Dank. So das Problem. Und das kann man dann gleich da anfangen. Der Übergang ist ein Fasen beim Übergang oder sowas. So, und was wir eventuell auch machen können, wäre sogar, bei dem Fall, hätte ich hier noch eins bekommen. Jetzt hat er es sogar zugelöst. Deswegen ist dann einfach der Gründer zu pendelt und seine eigenen Strecke. Na, weiter nur das Ganze. Mal ganz kurz. Seine Strecke. Auf dem Rückweg über das und auf dem Hinweg über das. So. Genau, dann ist dann ja auch sein Gleis. Die kann er auch nicht mehr abholen. Ich finde es sehr gut. Das war jetzt nicht mehr. Der zeigt keine Güter, das ist perfekt. So. Dann können wir die hier auch erstmal weiter. An der Stelle, das wüsste ich das sonst nicht. So, bis hier. Dann möchte ich gerne den Ausgang holen. Dann würde ich gerne den Ausgang hier vorne haben. Und die Ausfahrt durch den Gleis. Wir wollen's ja bitte alles ordentlich haben. Ich möchte hier kein Durcheinander haben. Ich möchte, dass alles gesittet und geordnet hier von Standgeber. Und dann soll sich das Ganze irgendwie auch haben. Dann haben wir das erstmal hier, dass der Zug dann auch die Leute von hier oben mitnimmt. Das heißt also die ganzen Leute. Wir können hier hinten natürlich auch schon ausschreiben. Wenn wir da am Arsch der Welt hier unten sind. Und die Haltstellen alle voll sind. Dann kann man das Ganze easy lösen. Dann können wir einfach alles mitnehmen. Dann können wir einfach alles mitnehmen. Und die Neurotechnik hier gut. Das ist mit der Landnutzung. Und jetzt bräuchte ich einfach die EKW. Und jeder, wenn man siehe, welche Haltestelle der ablömt. Und ich kann hier dementsprechend die Kichel in die Zuckerbund. Ach, hier umbaut sich jetzt komplett leer. Okay, das ist also eine sehr interessante Geschichte. Das heißt der EKW fährt da wirklich hier hinten rund. Er fährt da lang. Und. Jetzt. Pendelt sich dann hier oben irgendwo ein. Und fährt dann hier drunter. Und ich bin irgendwie hier drunter zurück. Ja, welche Linie so. Wir sollten mal ein paar Straßenmarken verkaufen. Fahrzeuge gehen. Was haben denn denn davor kein Depotnamer an? Aber das sind so viele, dass mir das gar nicht anbezogen wird. So, wollen wir nochmal gucken. Oh, wir kriegen das sogar noch ordentlich Geld teilweise wieder. Und es kann natürlich auch sein, dass wir genau diesen Tauschhaft gewartet haben. Was jetzt auch nicht so schön und nachteilig ist. So, jetzt geht's aber trotzdem los mit der Scrollerei. Oh ja, hier haben wir da viele Minas bei einigen Linien. 3 Millionen plus. Ui. Was war das denn? Macht aber auch nichts. Fahrzeugersätze dürfen wir auch mal wieder auf der einen stellen. Ich bin schon freue auf das Thema. Auf 4 Millionen macht er. Es ist nur zu einer. Wird es nicht mehr verteidigen wollen. Ich hätte gar nicht geschätzt, dass hier so viel Wind macht. Es geht 22 jetzt. Wir aufbauen dürfen. Oh, unser Schiff macht Minas. Ziemlich blöd. Aber eigentlich will man ja kein Minas machen. Naja, es ist alles immer so ein bisschen kontraproduktiv. Und was mir auch aufgefallen ist. Unsere Let's Play Welt leckt schlimmer als unsere Sandbox Welt. Uns ist es schon aufgefallen? Na gut, wir haben auch hier ein paar größere Städte. Aber man leckt die Sandbox Welt gar nicht so. Das heißt also, hier haben wir mittlerweile dann auch das hier. Jetzt müssen wir erstmal hier die Runden wieder machen. Oh, ups. Hier ist der Straßenbaum. Die hier umweckert. Kurz. Weh. Okay. Nichts gesankt. Er ist halt schon nicht ganz klar. Das ist nicht bitte irgendwie so ein Modus. Ich brauche mal. Ich brauche doch die Frage. Das kann doch nicht euer Beschissener Ernst sein. Dass ich jetzt da für diese Straße abreißen musste. Gut, dann machen wir mal. Und es ist halt so, dass ich das hier vorne rein bin. Das ist ganz viel Arbeit gespart. So, wie sieht's jetzt sehen wir aus mit den Straßenbaum? So dürfte sich jetzt nach und nach rufen. Ja, tut's ja. Wie wäre denn so? Z4 und Z2 sind hier lieber. Die nehmen wir jetzt gerade am meisten aus. Z4 ist auch groß und Z2 auch. Na ja, ist alles super. Mit den Talmots auch noch alles in Ordnung. Ich kann mal gut funktionieren. Unsere Schnellstraße hat auch so ne kleine Funktion. Und zwar nicht so viel, wie ich eigentlich gehofft habe oder gedacht habe. Das ist aber trotzdem nicht das Schlechteste. Oh, der fährt kein Vieh. Das fährt eigentlich kein Vieh. Wartet mal. Vielleicht halten wir den Bayern von Mannschaft. Oh, die 290 sind die Vieh hat ja noch. Hier entstehen sogar Vieh aber... Das ist immer noch nicht so viel, was man sich erwünschen könnte. Und das man laufen könnte und es dann auch bekommen könnte, um zu kehren. So, hier hinten hatten wir die Strecken ja fertig gemacht. Genau. Und wir ja bis zu dem zentralen Verteilbahnhof gekommen waren. Wir hatten alle weitergemacht. Zwei Gleise fehlten noch, die wir uns überlegen durften. Oder die ihr euch dann später überlegen dürft. Wenn ihr die Map selber habt. Der Hund entscheidend erfüllt, dass er geht jetzt, wo ich gerade in unsere Bestand hier verbraten. Ja, das heißt so sehen. Ja. Das ist eigentlich hier, das da nicht mehr gehört. Ich bin hier weckert, wenn ich mich mit ausweilen muss. Okay. So. Nö, nö. Komm, liebes Spiel. Ich spiel dich dann noch lieber auf Pause. So. Du bist da einfach angenehmer. So. Zack. Mach mal das jetzt hier alles so ein bisschen geschmeidig. Mach mal hier auch die Uhr weg. So. So. Jetzt machen wir... ... ... ... ... ... Dann um die Umgebung. Dann um die Konzerne aus. Diese hier. Und welche erstmal so einen Schein umziehen. Und die wichtigen Positionen. Dann um die Umgebung. Dann um die Umgebung. Dann um die Umgebung. Das funktioniert ja dann einfach. Das ist ja nicht so. Als wäre da irgendwelche Nachteile von hätten. Außer jetzt ein paar Kontrollen, die dann mehr investieren. Aber das sehe ich jetzt mal nicht als Nachteile. Komischerweise nicht als Nachteile. Das heißt also, die Stadt darf sich dann ja mit dem späteren Blau selber noch mal eine Ausbranche. Du musst aber ein paar Kassen setzen. So, auf jeden Fall haben wir zwei Übergänge. Und das passt. Hier besteht immer noch keiner. Das ist blöd. Das heißt, wir suchen dort. Dann gehen wir auf. Jetzt sind alle zu faul. Das heißt, wir machen doch mal einen Tram. Ihr hattet ja auch gesagt, ich soll mal wieder öfter die Standard-Haltestellen nutzen. Dann werden wir das dann auch einfach mal machen, damit wir die gleich weiter ausbauen. Und vor allem mal hier noch mal den Haltzweig machen. Ähm, machen wir das jetzt. Obwohl, hier können wir dann auch nochmal mit dem weiterarbeiten. Ja. Perfekt. Ja. 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 Hier anfassen, mit was soll ich ja nicht verpatzen, wenn wir es verpatzen, haben wir es bitte richtig. So, ist okay, ist okay. Hier können wir jetzt halt nur diese kleinen Kumpel ausfüllen, wenn wir wollen. Dann haben wir da auch mal die Ruhe. Joa, so sieht das gut aus. Ähm, genau, der Zug fuhr ja schon mal oben hin. Das heißt, jetzt fehlt eigentlich nur noch die Straße. Und dort sieht es ja soweit eigentlich ganz gut aus. Bis auf hier drin reichen, die sind halt auch nicht angeschlossen. Da müssen wir dann halt auch jetzt mal gucken. Jetzt werden wir jetzt kurz in der Reihe bekommen, dass wir das auch noch entschlossen können. Oder Ordnungsdien jetzt irgendwie schließen können. Mal die Stille. So. Dann machen wir da halt noch eine wirklich feine Züge. Mal Anteig. So, wartet mal. So, das ist ja alles das hier wieder. Und dann mit dem. Weck. Dann machen wir das hier runter, hier durch und das gehen wir dann ja da unten drauf und dann hier drüber. Eine Idee, wie kommen wir jetzt hier weiter? Weil jetzt müssten wir hier diesen Slalom fahren und weiter zurück. Das ist ja blöd. Was würde kosten, wenn ich haben will das hier? Ein Tunnel, 600.000. Wie würde das hier kosten? Jups, wir können nicht mehr. Ich glaube, was ist denn? Fast. Ich entscheide mich dann für den Weg rechts. Der sieht mir fast ein bisschen elikater aus. Das ist so cool oder rechts und einsteigen. Cool. Genau. Genau, das hatten wir. Dann machen wir hier einfach den Kreislauf dicht. Alter, wie geil ist das denn? Hier kommen zwei Tonnen an Gleichzeitung raus. Obwohl, das hier nicht so gut ist. Das hingegen schon. Das gefällt mir so gut. 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 Und das hier in der Stadt einfach wieder so vollständig wer die Häuser fahren muss. So mit einem Smacking. Wo die Hälfte schwebt. Die Logik. Die. So, oder? Geh mal einfach hier durch. Die. Jetzt schwebt die. Laufen hier erstmal so ein bisschen abgelen. Ruhig. Und wieder raus, komm gleich. Hier stehen ja schon noch die neue Zimmer. Da ist gerade mal. Die Jacke wie Hose mit euch. Ach, jetzt wissen. So. Ich glaube, die Stadt ist das wahr, das wir hier noch haben und wir sind ja noch harmlos gegeben. So, das heißt also hier kann sich dann die Stadt irgendwann weiter orientieren. Und dann machen wir jetzt hier eine Appartee. Nur noch etwas weiter. Vielleicht wird es so weit aber ein schönes Richtung dahin. So, nach zwei Graben und dann einfach noch hier. Gerade nach dem Aufflug wird noch viel einfacher. Das ist das, was wir damals vorher ausgaben haben. So, alles schön machen. Alles super. Halterstelle. Halterstelle. Linien. 53 oder so. 56 haben wir. 56 und 57. Wenn wir die haben, machen wir auch erstmal wieder für diese Folge Schlöße. Das ist jetzt auch die größte Linie, die wir hier haben. Wieso habe ich eigentlich hier ein Testing geöffnet? So. Zack. Und dann. 6. Das ist so weit zu squalern. Und dann. Einmal zu viel. Noch meine. Jetzt nochmal, wie es richtig ist. 6, 6, 5, 6, 7, 6. Okay. Das heißt also. Hier haben wir jetzt auch. In den Heck gleich. Äh. Erstmal uns überlegen, wie wir mit der Linie da hingehen. Die haben wir jetzt ja immer noch nicht so ganz angeschlossen. Das ist jetzt auch wieder die Frage. Ich hoffe mal, dass hier relativ schnell dann die Leute auch zusteigen. Und sehen, hey cool, es läuft alles so, wie ich es mir vorgestellt habe. Also. Können wir mal kurz gucken, wie das hier aussieht. Mit so was knapp genannt haben oder noch gar nichts. Ähm. Ziem. Gut. Den Kreisel. Der hat hier aber auch ein bisschen was. Ja. Das ist jetzt aber auch ganz gut groß geworden. Ja. Keine. Ja. Da steht immer noch ein bisschen Kunststoff. Das ist unser, unser, unser Linkszug. Der hier hat ein 60. Ja. 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 Da stellen wir, wir müssen einfach mal die Züge hier auf. Ist das nicht so schön? Ne. Irgendwann haben wir doch mal die Züge hier aufgerüstet. Oder was wir einfach machen. Kaufen wir uns doch noch ein Zug dazu. Ist das besser? Kostet uns wahrscheinlich genau dasselbe. Auch für die Zeit gesehen. Na ja. Und dann kommen wir gleich noch 2 Millionen. Das wird sie. Wir freuen uns gleich noch mitzutzt. dass das alles so kümmer ausgeht, super leute und fast nicht gesehen. Dann drehen wir den einfach gleich um. Sobald der da ist, sobald er aus dem Bahnhof ist, damit er dann gerade ausgültet. Wir lassen ihn einfach dann gerade ausfahren. Da bin ich mal gespannt, was am Ende da für Zahlen stehen von unten. Irgendwann wollen wir alle nur da unten gehen. Das ist so gut hier. Oder alle zum Geschäft. Warum war ich gerade Verlust da? Ja, es geht. Es geht. Hier unten stehen schon die ersten Runde. In die Richtung. In die Falsche. In die Falsche. Ah, da stehen sie hier in die Falsche. Schadenfotografie, die Stimme in die Richtung. Die anderen stehen hier in die Falsche. Da auch schon ein. Ah, ich glaube die Hälfte der Leute will erst mal falsch fahren. Oder aus unserer Sicht fahren wir die Hälfte der Leute hier falsch. Zwei Wagen. Ich bin voll überrascht. Naja, auf jeden Fall würde ich jetzt erst mal sagen, was ist mit dieser Folge. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wie gesagt, es tut mir leid. Wenn die Folge etwas kürzer war, wenn es besser ist als die anderen. Im Normalfall. Und die dürfte jetzt auch wieder so an die 30 Minuten nachgewiesen sein. Ich bedanke. Wie gesagt, haben wir mal einen Glück mit Menschen. Für die bessere Zukunft. Wir wünschen euch einen angenehmen Tag. Wir hören uns morgen. Prost. Und wieder zu einer Woche. Bis zum nächsten Mal. Tschau. Tschau. Bis zum nächsten Mal.